27 Tore in 36 Fliehspielen. Wer wird sich jetzt vielleicht der ein oder andere Londoner Fan auch denken? Hätten wir mal nicht abgegeben. Gut, dann wird er erstmal immer schlauer, wobei sich viele Chelsea-Fans eben nach der Vergangenheit sehnen. Gelb, Barry und das ist Platzverweis, Costa war ja schon gelb hat. Jetzt kommt alles zusammen. Champions League aus, gegen Paris Saint-Germain. Im Übrigen auch insgesamt verdient. Hier, Barry, das ist eine klare Gelbe. Und jetzt Diego Costa. So, mein Freundchen. Ja, und riecht nochmal. Und schnuppert und beißt. Ganz, ganz leichtes Knabbern. Und dann umarmt er ihn. Ha, ist das ein Bild. Ich wurde während des Beißens klar, dass er eine Gelbe Karte bliegt. Hat er kurz an Luis Suárez vielleicht gedacht. Er hat aber nicht zugebissen. Nicht, dass es einen Knutsch weggibt. Nicht, dass er es Eyeber ist. Ich mach es dann. Dann gehen wir. Vielen Dank.